Guten Tag! Guten Tag Neue Minecraft Aufnahme Neues Glück Ach, jetzt bist du auch erst auf dem Server? Ja, wie gesagt, Minecraft wollte gerade bei mir nicht laden Okay, also jetzt, äh, zu Anfang hin werden noch bei mir ein paar Licks sein Das ist ganz einfach, weil bei mir der Server noch nicht so weit geladen hat Wie er sollte Aber das scheint ganz gut zu klappen Ähm, jetzt mal einen Fragen Ja Hast du immer noch das Saks, oder? Ja Okay, ähm, ne, guck dir jetzt mal das Wasser an, das sieht so geil aus Ja, ich bin zu schlecht geworden, ich hab das schon zu ewig lang gespielt Am Wasser hat sich doch nichts großartig geändert, bei mir nicht Also, ich weiß nicht, entweder hatte ich das Wasser vorher scheiße eingestellt, oder so Aber ich finde, das Wasser sieht jetzt besser aus Und ich laufe hier gerade mit einem Herzen rum, weil ich kein Essen dabei habe Ja, ich weiß nicht, ähm Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal Was willst du denn jetzt? Ähm Oh Gott ey Diese tollen Geräusche, wenn er mal wieder das Mikro ausmacht Ähm Oh, stimmt, das hat sich ein bisschen verändert, das Wasser Aber jetzt eigentlich nicht viel, oder? Ist das viel an Beste geworden? Hm Mich wundert, dass mich noch kein Monster angegriffen hat, absolut Oh, ich hab das Minecraft-Zocken echt vermisst, ey So ewig lange nicht mehr, ja Ähm Kann ich mich einsenden hier? Nein! Ist doch scheiße Da bin ich wieder Ja, das kriegt man mit, wenn du wieder da bist Oh Mom hat gestört Oh Ja Jetzt brauche ich Essen Und ich will mal hier in deinen schmieden Garten rein Oh, aber ich finde das Wasser hat sich doch ganz gut verändert, also ich finde es schöner Also nicht, ich finde jetzt nicht so arg viel, ja Ja, nicht viel, aber ich finde es schöner Ja, es sind irgendwie so Blubberblasen da drauf, das ist zumindest so ähnlich angedeutet Die waren vorher nicht Ne, ich, äh, ich, also ich weiß nicht, ob ich das, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das Wasser scheiß eingestellt habe Ja, mit, du hast doch eh ein anderes Texture-Pack Nein, ich hab's, fuck's Echt, du hast das jetzt wieder? Ich dachte, du hast da irgendwas anderes gehabt Ja, äh, der Shaders-Mod, der ist natürlich jetzt auch weg, weil neue Scheiß-Version und dann, äh, ja Also ich finde, das hat sich an sich nicht großartig verändert, nur dass jetzt irgend so Fettaugen auf dem Wasser rumschwirken Fettaugen Ja, wie auf einer Suppe Ja, diese Zeichen, die du hier auch in dem, äh, Ziel-Ding, sag ich mal, hast Na, also, wo du grad hinguckst, dieses Der Faden, das Fadenkreuz, wie auch immer Ja, ja, dieses Fünferkige Ja, so sieht das jetzt dann da halt aus Ja, nur komisch rumwubbelnd, wie so eine Amode Ja, ich finde es aber irgendwie schöner als davor Ich finde, das sieht echt aus wie Fettaugen Aber okay, ähm Genau, hier in dem Haus war ich ja auch schon Ewigkeiten mehr da drin Das Glas ist bei dir ja auch immer so, äh, so, auseinander immer mit, ne? Weißt, was ich meine Hä? Wie meinst du, meinst du, dass nach jedem Glasblock so ein Streifen ist, oder was? Ja Null Ne, ist es nicht Bei mir ist es eine Reihe, schon immer gewesen Ach, das stimmt, du hast ja auch noch den MC-Patcher, ne, weil ich hab das bei, äh, Optifine noch nicht eingestellt Achso, ne, ich hab das mit dem Mac-Patcher, das glückt ganz gut Ähm, ja, ich hab gehört, wir bauen ein großes Projekt, ja Mhm, 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 ja Habe ich, was hab ich denn dabei, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich Wo ist denn der, wo ist denn der, wo ist denn der, wo ist der Scheiß denn, ey? Achso, ich hab so ein Ding Mein Gott, ey, wo kann ich denn den Scheiß einspielen? Ähm, ach genau, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss Boah, ist doch behindert, Alter Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss Ist mir so aufgefallen, als ich nochmal die Aufnahme durchgeguckt hab Ich weiß nur, ob das schöner, schöner aussieht Das muss ich dann von Weitem beurteilen Nein! Und jetzt mal von Weitem beurteilen Sieht das besser aus? Bisschen, oder? Nee, ein bisschen Ähm Was denn? Ah, das könnte erklären, warum Minecraft grad abgestürzt ist Wieso stürzt du bei dir in Minecraft ab? Keine Ahnung, das ist grad irgendwie am Decken und keine Ahnung gewesen und äh Am Decken und keine Ahnung gewesen und äh Ja, beste Aussage ever Oh, wieso, oh, dieses, meh, ich hab eine Geschwindigkeit Und ein Creeper hat mich gehaut Gehaut? Er sah mein Loch Alter, ey, was will Minecraft denn grad von mir? Minecraft will, dass du deine Mutter hart durchnimmst auf ihrem neuen Bauchbeine Po-Trainer Ne, eigentlich nicht lustig Oh doch Sonst ist das genau dein Humor, also sag mal gar nix, ja Ja, 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 ja Hä? Ne 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 Also, wir bauen über dieses Radhaus und ich hab das letzte Mal so einen bescheuerten Tierpark angefangen Und ich hab so gar keinen Bock da drauf Dass ich das garantiert nicht weitermachen werde Also, vorerst nicht Ja Ich hab mehr Bock auf irgendein Gebäudemäßiges rumgebaut Ja Ja Wo ist denn der Scheiß? Der ist geblatt, was willst denn du? Ja Ich will das, äh, Glas-Scheiße, äh, zusammen, das weißt schon Achso Achso, du bist noch gar nicht wieder auf dem Server Hast du froh bemerkt? Ne Mein Kampf der chart doch einfach Finde ich aber auch Mein Kampf Pfinde ich Uh Ich will doch nur diese sch shall potatoes Kacke die Linie das passt so weit, das passt so weit so Boah, ich find's nett, ey und ich hab alles was ich jemals etwas vielleicht sogar gekonnt habe komplett oh du nein ach scheiß drauf oh ja oh ja ach komm dann baue ich langsam mal das Rathaus weiter hast du noch nicht mal großartig damit angefangen ja du musstest dann ja irgendwann aufhören ja ja du hast gut recht aber hast du schon mal gesehen wie verrottetes Fleisch jetzt aussieht bescheuert oder so genau, wie ein Gehirn äh, ne, hab ich noch nicht gesehen na, das sieht aus wie ein Gehirn oder habe ich das sogar dabei ich hab das so